Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Episode von TOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOtOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT activities Was? Wie gehts euch Freunde? Ich bin Innocent, ne? Jicus z.B.E.: Juscht mit euch? Innes 나와 band wykosovo und ich warte nur auf dich, meine Liebe, Gleiber, Teufel. Wow, was soll das denn, Dennis? Ich bin ja auf dem Schiff unterwegs, ja auch. Lass es sein! Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Oh, Kevin, ey! Geh mal weg, ey! Ich wollte nochmal meine Schrotwille sein. Ich dachte schon, mein Leben ist scheiße, als ich's anders gesehen habe. Aber jetzt, wo Kevin da ist, ey. Ey, jetzt schieß ich ab, ne? Boah, der schießt. Boah, Kevin hat noch mich geschossen. Das ist ja! Ey, was war das denn? Da ist jemand gestorben, habt ihr gesehen? Du warst das. Du warst das. Ich war das, ey. Au, der schießt mir in den Rücken. Der schießt mir in den Rücken. Darf ich Curry töten? Der heißt Kevin. Boah. Ernest, was machst du da jetzt? Ich stehe so einsam an der Reling, weißt du? Juhu. Tobi, wollen wir nach vorne gehen? Wie Leo und Kate? Ich bin das Fass der Welt. Ey, die Karte ist doch voll langweilig. Die haben wir schon vor 500 Folgen mal gespielt, oder? Das ist echt so. Ich fände mal wieder diese eine Map geil, wo es dann dunkel wird, die ist cool. Ja, Slender. Curry, wo bist du denn hin? Ich muss hier putzen hier oben. Also man sieht keine neuen Inhalte, außer die Game of Thrones Map. Der Dennis hat gerade jemanden getötet, ne? Tobi? Wer ist da gerade? Ja, der Dennis war's. Wo war ich jetzt? Weil du den Tobi getötet hast. Er war unschuldig. Ja, töte den Dennis. Weil ich das oben gesehen hab, Mann. Was hast du gesehen? Ich hab gesehen, dass die Leichelanlage, du bist einfach drüber gelaufen, hast die nicht mal bestätigt. Also muss es ja gewesen sein. Jetzt kommen wir nicht wieder, du hast die nicht gesehen, Mann. Du bist drüber gelaufen. Das hat gerade mir im Auge gekratzt. Ja, genau. Dennis, sei ganz ehrlich zu dir, Mann. Ich hab dir auch am Auge gekratzt, ey. Bist du ein Traitor? Oh, nein. Gravity-Granate. Granate. Der Dennis ist es. Jetzt ist er ausgeflogen. Eins, eins, Duell. Komm her. Wer lebt denn noch? Ich komme nicht in Eins sein. Der eine neigt dich von der einen nicht weg, von der anderen. Boah! Der hat mich echt getötet. Ey, ernsthaft jetzt? Ey, ich dachte, der macht Sperenzien, aber der hat mich ernsthaft getötet. Major? Sperenzien, ne? Sorry. Major, lebst du noch? Der ist immerhin gefährlich. Alles in Ordnung. Major, stehst du ne bei dir? Ne bei mir. Diagonal oben rechts oben. Dennis? Herr Sarazar? Kann ich nochmal in die Ego-Ansicht switchen? Jemand. Ich sitze in der Ecke, Alter. Wer, wer, wo, wo, wer? Was ist los hier, Mann? Dennis sitzt in der Ecke. Welche Ecke? Wer wird sterben? Okay. Okay. Henry? Dennis, Alter. Ronze? Och ne, Alter. Ja, könnt ihr mal mit mir den Dennis töten, bitte? Ne, kann ich nicht. Weil ich Spectator bin. Ja, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Dann ist der Major auch noch, ey. Ah, ne, ne, warte mal. Kann ja gar nicht, dann bist du. Dennis ist dann, ja. Ich bin zwar. Major, hast du gehört? Major? Du lebst noch, jetzt tu nicht so, ey. Ich bin zwar. Du lebst noch, jetzt tu nicht so, ey. Ja, Major, komm. Alter. Ey, Major, ey. Ey, Major, ey. Kannst du ja nicht einen unschuldigen Vater töten. Keine Sekunde in Ruhe, Mann. Scheißen, Mann. Mikrofon muted. Hallo. Woah. Alter. Wie geschrocken, Alter. Jawoll. Major, Mann. Kannst du doch nicht so verbrechen, ey. Ah, ich habe Stress, Mann. Ich habe Stress. Eigentlich war das unfair dem Dennis gegenüber, dass ich da weitergeredet habe. Das tut mir leid, Dennis. Ne, aber warte mal. Warum waren die denn beide Traitor? Lendo und Bronzo waren doch Spectator. Das kann doch gar nicht sein. Weiß nicht. Krass, ey. Es gibt ja einen Viehspeck. Traitor. Hä? Spectator. Boah. Achso. Achso, ja. Ja. War nichts Dennis, merkste? Boah. Okay, neue Runde, neues Glück. Ne, jetzt sind wir alle dabei, ne? Okay, jetzt sind wir alle da am Start. Das freut mich. Alles klar. Jetzt, jetzt mal ein bisschen, ne? Jetzt mal ein bisschen hier, ne? Cool. Taktik, Mann. Tobi, ich habe eine Schrotflinte, Mann. Boah, das ist geil, Kevin. Darf ich die haben? Willst du, willst du haben? Hey, Alter. Lendo, Mann. Aua. Hallo, ich kriege Schaden. Boah, sag mal nicht, wir hängen. Wir hängen durch. Hängen über die, sag mal nicht böse. La, 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 la. Ich spaziere gemütlich über das Deck. Boah. Rakete wurde abgeschossen. War das nicht in den Kreis gerannt oder was, ey, Mann? Was soll das? Oh, ne. Nicht der Kalk. Ja, Major. Kalk, Mann, ey. Was denn? Ich habe nichts gemacht. Keine Sorge, ich fahre. Walle direkt, was soll das? Hey, da ist ja die Rückseite, Lendo. Ich bin ein sehr misstrauischer Kerl. Ist das so? Ich bin nicht der Galk. Sarata, wo willst du denn hin? Hey, warum ist hier ein Lenkrad, bitte? Sarata, wo willst du denn hin? Mal gucken. Mal gucken. Warum ist er? Sarata nimmt das Spiel nicht ernst genug. Das ist total scheiße. Tobi. Tut mir leid, es tut mir so leid. Boah. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Ich bin, glaube ich, sogar über hier. Lebst du noch, Tobi? Geht's? Nenno. Tobi, so steht's. Hast du schon mal gefragt, wie die Briefcase-Pomp aussieht, Tobi? EISBERG! Bin unschuldig. Verbündete, ne? Bronze? Wollt ich mal eine Allianz schließen hier mit Dennis und so? Bronze, ich gehöre deine Allianz dazu, Bronze. Danke schön. Da bist du doch wirklich unschuldig Dennis. Alter, was ist das denn? Geil, Mann. Liegt ein Magneto-Sticks da, dann kann man die ablegen. Was ist da unten? Hä? Hä? Da kann man runterklettern, Major? Ey, ich hab ein Geheimnis gefunden. Da kann man runterklettern. Komm mal mit, Cari. Nee, Alter, ich hab ohne Witz, ich schaff das wieder, dass ich ins Wasser falle. Ohne Witz. Bronzi, ich hab keine Waffe, Mann. Was ist denn hier los? Ich hab'n Shotgun. Geil. Will ich dir meine geben? Hallo Bronzi. Du willst mir nur ins Gesicht schießen. Komm, wir da oben. Ich brauch meine eh nicht. Ne, weil ich ja unschuldig bin. Hallo. Braum habt ihr Blut? Weil ich grad hier... Ach, du damit hast. Ach, du damit hast. Bronze. Bronze hat ne Kindsäge. Nein. Nein, hatte ich nicht. Also hat er die gehabt. Lendo hat die gehabt. Aber ich hab'n gekillt, Mann. Woher folgst du mich? Bronze? Bin schon längst woanders. Hallo Bronze. Ich hab'n die töten, die töten. Oh, Kevin. Ja, weil das, das ist... Ruhig. Ja, ich hab'n doch gesagt, Tobi. Wer hat die, wer hat die? Jetzt hab' ich sie. Wer hat die? Hinten für Tobi der eine. Warte, ich bestätige Curry noch übster. Nein. Ich hab' Curry grad getötet. Wo, wo hast du dir her, Mann? Alter Bronzi, du Schwein! Du... Tobi wollt' mich töten, Mann. Scheiße, Alter. Was für Hölle war das denn? Boah. Alter, Mann. Was machst du da, Major? Mal nur bewahren, Mann. Bist du tot, Tobi? Tobi? Tobi ist tot, aber der quatscht auch immer bei mir. Genauso wie ich. Okay, dann ist es der Damage. Was? Der Bronz hat doch grad den Tobi getötet, du, Holzkopf. Wär doch zu mit. Ja. Das war's. Ja, der Major hat mich grad auch kräftig anvisiert. Und warum ist der badly wounded, hm? Der Major, sag mal was dazu. Ja, Major, mach mal lieber dein Mikro wieder an, der Vogel. Die ganze Zeit ist der muted hier bei Teamspeed. Ja, aber der Major, der möchte gar nicht mehr mit uns reden, hat er gesagt. Der Leno ist auch muted. Die alte Kastanierte. Das ist wahrscheinlich seine Challenge. Könnte ich mir vorstellen, will sie nicht unterbrechen. Wo ist denn der Bronze? Boah, Vorsicht, Mann, Vorsicht. Hier ist aber wohl jemand mit einer Kettensäge. Pass auf. Ich bin eigentlich fast dafür, den Major mal testfrei zu schießen. Hey, ich hab keine. Hier, guck doch, Mann. Ein kleiner, kleiner Treffer notwendig, und er würde umfallen. Umfallen. Wie ein Streifholz im Wind. Ja. Was ist los mit euch, Jungs? Was ist los mit euch? Wo ist denn der Bronzebild die ganze Zeit? Wo seid ihr? Was ist passiert? Wo ist der Bronzebild? Der Tobi ist tot vom Bronze. Bronze ist Traitor. Wenn der Bronze mal ein Bier macht, weißt du wie das heißt? Bronzebier. Ich hab' nichts mehr. Ich hab' nichts mehr. Es fällt ihm nach, keine Ahnung, wie viel Kompensation mit einem Bronzebier aus. Ich wollte nur die Stimmung auflockern. Bronze, wo bist du denn? Wird ja immer gehasst und gesteinigt. Gesteinigt ist klar, wenn du mit Bronzer zusammen aufnimmst. Ja, der Wand. Die Mutten zur Wand. Wo ist der Bronzerbier denn jetzt? Weiß es nicht. Ich such den auch schon die ganze Zeit. Ist der tot? Aber ich bin ja oft Spectator, weil der immer die Maps hier unterladen muss. Da darf man auch reden, wenn man Spectator ist, oder? Ja. Wer im VE sagt, ich bin Spektator. Wer lebt denn jetzt alles noch? Abspecken? Irgendwo ist der Bronze. Der Major. Ja, die Zeit läuft um. Warte, bist du Traitor? Ne, bin ich nicht. Wie gehst du so langsam nochmal, Saratze? Ach Major. Gar nicht. Du bist grad voll langsam gegangen. Das war bestimmt, weil ich angeähmt hab. Drück mal rechte Maustaste. Warte mal. Major oder Saratze. Ich weiß, ob du innocent bist oder Traitor. Ich betreue niemanden. Der Ball ist Traitor. Ja klar. Ich sag ganz ehrlich, der Major ist Traitor. Hätte ich dich nicht voll erschossen erschießen können, Alter? Ich bin kein Traitor. Wenn ich Traitor wäre? Hätte ich dich nicht erschießen können? Der Bronze ist auf jeden Fall tot. Ja, du hättest mich erschießen können. Der Bronze ist tot. Gut, dass du lügst. Der Bronze ist nämlich nicht tot. Ja, warum liegt der dann hier unten? Ich hab den grad confirmed. Ja, dann confirm den mal. Ja, wo steht denn das? Hab ich's nicht gesehen. Hab ich's auch nicht. Achso, deswegen steht nicht da confirmed dead. Okay, Dennis, Traitor. Und Bronze wahrscheinlich auch, weil der Bronze beschützt. Gut, dass du dich verraten hast. Dennis? Ja, Walle, warum bist du angehörtet? Warum hast du den Dennis eigentlich erschossen? Ja, du hast das gemacht, ne? Ja, klar. Das war so ne schlechte Lüge. Ja, ist klar. Ja, du hast das gemacht. Ja, klar, Mann. Walle, Mann. Der Dennis hat sich töten lassen. Hä, aber, ich hab keinen Sinn, warum... Der Dennis kann auch so tun, einfach. Warte mal, warum lüte der Dennis dann so... Aber das Ding ist ja, du bist daran gebunden, mich zu finden, wenn du der Traitor bist. Und du hast schon öfter mal angehört, dich besser wegzusnacken. Der sagt all das, was er gemacht hat, weißt du? Ja, klar, ich hab's gesehen. Auf dem Augenwinkel, mein Freund. Aber warum hat Dennis jetzt gerade gelogen? Ich kann mir das gerade nicht erklären. Dennis ist ein komischer Zeitgenosse manchmal. Warum ist der Bronzy hier noch? Der Bronzy... Nein! Wer war der Traitor? Der Bronzy, es war so gut einfach, ey. Wer war Traitor? Auf meinem Radar wart ihr noch 5000 Kilometer entfernt. Das aktualisiert sich nur alle 30 Sekunden, Bronzy. Das mit der Kettensäge war super, ey. Wer war denn Traitor? Der Bronzy. Der Bronzy. Ja und wer noch? Ich. Dennis, hast du einen an der Waffel? Ne, das war schon richtig. Der Bronzy hat seine Leiche gefakt. Ja eben. Ich hab die noch extra nach vorne hingeworfen, weißt du? Ja, aber bei mir stand trotzdem irgendwie nicht, dass irgendwas confirmed ist. Ey, auf einmal kommt Serrat... Kilometer entfernt. Was? Fritze, was? Ey, du bist immer leiser auf einmal. Das hab ich schon verstanden. Das schraubt immer das Volumen runter einfach. Hä? Das wärste, Mann. Ey, Tobi. Ja? Komm mal zurück, wo du... Mann, ey. Konntest du mich nicht mehr wieder beleben? Schotten! Komm mal, komm mal her. Du bist doch gerade hier in den Raum gegangen, ne? Komm mal, Kamelion. Ja, warte. Du hast keine Waffe, Major. Das wär ziemlich ehrenlos. Ja, ich hab auch keine Waffe, komm mal her. Ja, sehr gut. Guck mal, man kann hier, wusstest du das? Hier unten dann die Seile hochklettern, ne? Boah, Alter. Echt? Ey, Alter! Boah, wer ist da drin? Da ist jemand im Loch. Das klappt sowieso nicht, aber mach mal. Doch, das klappt. Ich hab das schon gemacht. Curry ist tot. Was? Wer ist im Loch? Äh? Alter, wer wirft die Granate? Der hat immer eine Granate gewonnen. Es gibt hier, komm mal, komm mal mit. Hier gibt's Seile, siehst du? Hä? Warte mal. Ey, wisst ihr, was ich glaube? Ja, dann kann sich ein Traitor immer da reinschmeißen. Ich glaub, Curry war ein Traitor. Leute, Curry war, glaub ich, ein Traitor, hat das aufgemacht, ist da reingegangen und dann ist er gestorben. Ja, ich kann das nicht öffnen. Ja, ich auch nicht. Wusstet ihr, dass wir das mal aufmachen können. Der Major ist da doch gerade reingegangen. Ich kann das auch nicht öffnen. Der Major war bei mir. Der Major war bei Tobi so weißt. Da ist doch jemand reingekrochen gerade eben. Wer war das? Der Curry ist da drin. Ja, das war Curry. Der Curry war das. Nee. Was ist der Curry? Ja, was ist noch Curry? Ist sein Kopf gerade vernebelt? Der Curry ist tot, der ist doch gerade in das Ding reingegangen. Ja, aber ist er da rein gestorben. Oh, hinter der Wand. Scheiße. Wolltest du die Sache verstecken, wenn du schon links vorbei bist? Oh, Major, dein Ernst? Ach du Scheiße. Was willst du denn von hier? Und du kommst von da hinten, Alter. Warte mal. Major war es nicht. Ich war mit, Major war die ganze Zeit bei mir. Ey, ich war es auch nicht. Warte mal, wer geht zuerst? Dann war es Tobi oder Major. Da hinten, da hinten Tobi. Nee, nee. Wir waren alle hier zusammen, Leute. Wir waren alle hier zusammen, Alter. Ich habe Tobi gezeigt, wie man aus dem Wasser klettern kann. Naja, eben. Vielleicht sind sie auch verbündet. Pass auf, der ist. Der Bronson. Ohne Witz, ey. Boah, ich vertraue euch nicht. Komm ich denn hier hoch, Mann? Komm ich rüber zu euch? Ich weiß, dass einer von euch das war. Geh mal weg hier. Also, schackt es nicht alle. War das Schiff jetzt in gute Gewässer, wo es keine Eisberge gibt. Ah, der Netz? Hallo, wer ist das denn hier? Bei meinem Anker riechen? Lerno, Lerno ist bei mir. Warte ganz kurz. Wer hat gerade versucht, den Anker anzuheben. Lerno wollte mir gerade auf den Kopf springen. Tobi, oder? Aha, das kann doch nur der Traitor wahrscheinlich. Tobi, Tobi, kommen wir nicht zu nahe? Was für die Ruhe, Alter? Sag jetzt mal, wollen wir uns mal einen runden Tisch setzen, oder? Können wir machen. Komm, hier. Schöner runder Tisch. Okay, Lerno. Ganz schöner runder Tisch. Ich sehe es ja. Das sehe ich aber nicht. Lerno, ey. Wird der Table Dancer hier, oder was? Okay, okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, Lerno, mach mal. Ey, lass mal einen Ton bauen, warte mal. Du dich mal, Tobi. Du dich mal, Tobi. Boah, Alter. Warte. Warte, geh nochmal runter, Lerno. Warum ist der Dings, warum ist der, äh, äh, Bronze so weit oben da? Ja, ich schad mich immer so ein bisschen abseits von den ganzen Schluckes da, ne? Alter. Ich bin halt rausgetappt, aus Versehen. Alter, ich stehe in Tobi. Guck mal, der Tobi mit dem Team hängen, gell. Alter, wie geil ist das denn? Ja. Ja. Ey, Lerno, darf ich jetzt bei der Saaschloch schießen? Nein, danke. Oh, dann wird der Bronzes überfreuen. Ja, hab ich schon eins. Boah, ey. Sarah, du hast gerade rausgetappt. Ne, er ist bestimmt nicht in Tradershop. Ich bin, ich bin raus, ich komm gerade nicht rein. Sarah. Ich hau meinen Spielstürz wieder ab. Sarah. Ich kann gerade mich nicht bewegen. Ja, dann drück mal. Höchstverdächtig. Was soll man für Tradershop nochmal drücken? Ich weiß nicht mehr. Ich hau nicht. Ich kenne gerade, Alter, mein Fenster ist so klein minimiert. Ich seh das gar nicht. Tennis, was machst du da? Ich warte auf die Bewegung. Nein, man. Du musst doch nicht einfach Leute killen. Jetzt warum? Okay, Major und Sarah. 100 pro. Tennis, du willst den doch grad killen. Ja, weil der Trader ist. Ja, eben. Ja, okay, dann kill ihn. Unschuldige töten gibt's hier nicht. Unschuldige töten ist nicht gut. Alter. Ich bin auch nicht mal im Fenster. Warte mal. Wir haben ja keinen Beweis. Oh Gott. Das ist das Spiel auf klein. Egal, ich kann nicht spielen. Ja, und hast du geklappt? Was hast du denn? Tritt mal Alt und Enter, Walle. Tritt mal Alt und Enter. Ich hab gar nix. Gar nix am Start. Ja. Ich hab gar nix. Alt und Enter, funktioniert das? Jetzt. Was ist denn Alt und Enter? Sollte der Traitor sein, dann ist das der größte Arschkopf überhaupt, ne? Alter, ich hab ja voll die Tänzer. Als würde ich da, ich geh immer weg von euch. Guck mal, ich hör doch schon in deiner Stimme das Flattern, dass du Traitor bist. Hau da die Bombe hier raus, oder? Für mich bist du drei Millionen Prozent Traitor. Alter, als würde ich da stehen mit rausgechappten Dingen. Oh, was hast du denn? Guck mal, hier ist. Curry. Kann ich mal einer rausholen? Aua! Wir hätten das jetzt aufgemacht. Mann, oder? Das kann doch nur ein Traitor aufmachen. Ja, und das war einer von euch. Hundertprozentig. Lendo hat's aufgemacht. Ich stand grad da hinten. Saratza, du bist so ein Traitor-Schwein, ne? Lendo, bist du ein Traitor? Das kann man auch so aufmachen. 100 Pro ist der Saratza-Traitor. Ja, warum willst du mich denn erschießen? Erschieß mich doch, hier. Ich schieß ja nicht. Ja. Ja, mach nochmal auf, Lendo. Mach nochmal auf, Lendo. Ich schieß ihm, Hendrick, eh komm. Geht nicht mehr. Ich sag ganz ehrlich, Lendo, äh, äh, der, der, Saratza und Major. Weil der Major den Saratza so verteidigt hat und der Major vorhin den Airstrike gemacht hat. Bonze, kannst du ihm mal erklären, warum ich den Saratza-Dings hab, verteidigt habe? Ja, okay, dann ist nur meine Mut. Showdown, showdown, showdown. Ja, okay, aber ich... Guck mal, Dennis, es ist doch ganz klar, dass ich den verteidige, weil wir haben... Ohne Beweis können wir doch nicht Saratza killen, weil er raustappt. Auch wenn er Traitor sein sollte, haben wir doch keinen Beweis dafür. Ey, guck mal, wie lange ich da gestanden hab. Ja, vielleicht hast du noch die Beschreibung durchgelistet. Ja, klar, gemütlich. Du sagst einfach, ich hätte rausgeteilt. Tobi, was hast du denn gerade schon gekauft? Ich hab eher so jetzt ein anderes Gefühl, Leute. Ich hab nichts gekauft, ich hab auf mein Handy geguckt. Weil Leno, der will ja jetzt die ganze Zeit da das Ding wieder aufmachen, ne? Ach, Saratza, ernsthaft! Wer wollte erschossen, ich weiß nicht! Der hat den Tobi erschossen, Mann. Nein. Ernsthaft, Saratza, du bist so ein Rotzlöffel, Alter, ganz ehrlich. Okay, Saratza... Okay, guck mal, Dennis, du wartest zwar recht, aber wir hätten den trotzdem nicht killen können. Wir müssen auf einen Beweis warten. Warte, sag mal ganz ehrlich. Warst du die ganze Zeit in Traitor-Shop, ja oder nein? Nee, ich bin tatsächlich rausgetappt, aber das ist egal. Ich war Traitor. Ist ja vollständig. Ja, wir haben nicht reden. Hm. Ja, ist alles legit auf jeden Fall. Da muss er in vorne sein, oder? Also ich sag... Was aktiviert. Ich sag, Major ist Traitor. Oh, Dennis, ich hab den aus ganz realen Gründen verteidigt. Jemand hat sich viel gelegt. Und der Major ist derjenige, der sich viel gelegt hat, der da gerade über Bord gespuckt ist. Hä? Was machst du denn da unten so schönes? Ja, man kann hier wieder hoch, das wollte ich zeigen. Ja, zeig mal. Komm, komm, du kannst hier hoch und runter. Ja, zeig doch. Ich guck dir zu. Wartet ja hoch. Ja. Ja, zeig doch welcher. Warum gehst du nicht da sein hoch, welcher? Ja, warte doch mal. Wieso kann man jetzt nicht hoch? Tobi hat ganz genau gesehen, dass man hier hoch kann. So jetzt. Ja, dann kommt man hier hoch, welcher. Hä? Was denn? Oh na, in die Zeit. Wer war Traitor? Ich. Ey, ja, Mann! Ja. Ich hatte recht. Oh Mann, ich hab die Zeit vergessen. Und der nur ist gestorben. Ich hab das... Ich konnte nicht da rein. Ich hab das ganz kurz gehört. Ich hab dem Walle die ganze Zeit... Ich hab dem Walle die ganze Zeit... Aber ey, das konnte ich nicht hören. Das konnte ich erst nachher hören. Ja, warum? Weil ich ja die ganze Zeit rausgetappt war und dass er über Ingame war. Ach so. Ich hab dem erklärt, dass er von da weggehen soll und einen Airstrike machen soll im Traitor-Chat, weißt du? Aber wie zur Hölle ist jetzt der Curry gestorben? Ich bin in die Box rein, wollte mich da reinhocken und dann ist der Deckel runtergekommen. Toll Curry. Und dann wurde ich zerquetscht. Ein sehr glückreicher Tod. Und was das Geile ist, der Bronzo und der Sarraza standen dabei und haben nachher so getan, als wer das voll die Überraschung so weiß, als wir das das zweite Mal entdeckt haben. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab da gar nicht so drauf geachtet. Ich hab da gar nicht so drauf geachtet. Ich kannte das gar nicht. Hey, du hast mich doch angeguckt. Ja, ich dachte erst irgendwie du hast das aufgemacht oder irgendwie Leicht oder so. Ich hab's ja aufgemacht und dann bin ich gestorben da drin. Und dann hast du die Kiste explodiert. Was war denn in der letzten Runde deine Vermutung, wer es ist, Tobi? Ich hab das gerade gesagt, der Vogel. Ist gar nichts passiert. Hier nochmal. Hier, guck mal. Sagen wir ein bisschen Ramazama. Tobi? Was denn? Hier, guck mal. Was denn? Was war das denn? Tobi? Tobi? Hier, mich runtergeschubst. Irgendjemand hat mich runtergeschubst. Der kleine Walle war das, ne? Ja, klar. Ich bin hier hinten mit dem Lenno. Ja, ja, Walle. Noch ein Lenno. Major, wie kommt man denn diese scheiß Seite da hoch? Ich glaube, hier ist mein Magnetusdick. Einfach gegenlaufen, so wie eine Leiter, oder? Achso. Wie eine Leiter. Eine Leiter, die deinen Arm trägt, geht nach oben in die Lüfte. Kann man aber nicht die Leiter hoch, oder was? Sagen wir mal. Sagen wir mal. Sagen wir mal. Sagen wir mal. Sarazza? Achso, du bist ja. Ja. Ich möchte mal, dass du wieder was für mich singst. Was denn? Ja, ein schönes Lied. Was denn? So. Ich hab keine Waffe. Major ist lila, ist Traitor. Warum hast du so ein lila-pinkes Shirt an? Gespinster statt. Ich hab keine Fahne. Was ist da los? Musst du noch hier was reden? Wie keinen Namen hat. Ich hab immer noch keine Waffe, Mann. Das bedeutet, der ist schon wieder Traitor. 100% Ja, ne meine, Mann. Ich bin eh unschuldig. Ich brauche keine. Tobi? Tobi? Ja? Ich versuche mal auf die scheiße Seile hochzukommen. Warum hast du jetzt so lang gebraucht? Ich konzentriert bin, mich auf die Seile irgendwie hochzukommen. Ey! Ne! Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt wurde ich hier runter geschleudert, oder was? Boah. Alter, ich komm da nicht mehr hoch, ey. Was ist denn da los? Ey, ich komm da auch nicht mehr hoch. Ich baller die Luft. Ich baller die Luft. Voll die Opfer hängen so im Wasser drin. Was soll ich machen? Ich komm da nicht hoch. Wer ist da vorne? Nenu, komm mal hier runter. Ach, man muss... Ach, okay. Sarazer? Ich fall schon drü- No! Scheiße, Mann. Ich glaub, wir haben Sarazer verloren. Ey, Bronzer. Gibt es überhaupt noch Unschuldige auf dieser Welt, Jungs? Ich bin doch entschuldig, Mann. Ich hab mal ne Waffe. Doch, du musst eh drücken. Lass mal ein Bündnis schließen, Mann. Oh, ich hab ne Waffe. Hörst du nicht, Bronzer? Nein, das bringt nichts. Kommt doch hier hin, drückst eh, guck mal. Ich brauch nicht eh drücken, Mann. So, wer ist jetzt hier tot, Mann? Älte Bekannte, oder nicht? Was ist denn hier los? Ich hab gar nichts mitgekriegt, ey. Wer ist gestorben? Oh, ich bin runtergefallen. Wartet mal kurz. Ey, ne, ne, ich bin nicht tot. Dennis ist tot. Kevin, bleib stehen. Warum liegt deine Leiche? Das ist... Hä? Sarazer? Curry? Wörst du mal, seit wann ist Sarazer tot? Der hat doch gerade noch gesprochen, Mann. Curry? Oder es war Mage, aber Magey said... Nein, nein, du. Nein, Leno kann bezweigen was. Ich war gerade unter Wasser da. Ja, weil der Sarazer mich vorhin runtergeschubst hat. Tobi, hör mal zu. Ja, bei mir... Ich wurde... Tobi, hör zu jetzt! Was ist denn, Kevin? Der Leno hatte gerade bestätigt, dass ich hier unten am Boot war. Weißt du? Da kann ich den Sarazer gar nicht getötet haben, ne? Ich ruf den Detective. Äh? Pancake! Ey! Pancake! Boah! Doch, er ist es! Leno hat sich Pancake gemacht. Nee! Curry! Okay, Curry ist dauernd. Oh, 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 oh! Wer ist das denn? Tobi war's, Tobi war's. Wer ist es? Wer ist es? Nein! Alter, ernsthaft! Ja, Tobi! Ihr habt gar nicht mehr mit Ex-Manager. Sag, sag, ich wurde das... Alter, in den Pancake reingerannt, oder was? Ich hab dich einmal angeschossen. Tobi! Wie war das im Meer? Und dann war ich so beschäftigt mit mir, weil ich runtergefallen bin, dass ich nichts mehr sagen kann. Ja, aber ich hab einen Airstrike gekauft und ich konnte aber keinen Airstrike machen. Wird so geträumt hier, dieser Badekarte, ey. Wird so geträumt hier, dieser Badekarte, ey. Wie war die Pfannekuchen da runter, weißt du? Pancake! Pancake! Tobi, wie war das unten im Meer? War cool aus. Guck dich! Ja, Bronze, du warst das, kleine Sau. Let's do wonderful! Leute, meine Damen und Herren! Gott sei Dank! Boah, ich muss noch mit TTT reinkommen, Mann. Ich bin so schlecht. Ja, ich, also, ich bin, ich hab mich jetzt zweimal selbst irgendwie umgebracht. Ja, ist eine Leistung. Ich hab mir... Bräuge dich, Jora, bräuge dich wieder! Walle, wer hat dich getötet, Walle! Schrei doch jetzt mal nicht so! Man, ich bin schon wieder innocent, ey. Wer hat dich getötet? Innocent. Ich auch. Ich auch. Ich kotze gleich im Stahl. Ja. D-keinen Namgen. D-zu. Wie ein D-zu potz ich gleich. Ich werfe eine Granate. Tobi! Ja? Okay, auf mich bitte! Könnt ihr jetzt den Tobi nachmachen, ne? Ja, mach mal! Nee, es geht nicht schlecht. Ich kann leider nicht rollen. Machst du privat vorm Spiegel immer, oder was? WOOOOO! Curly! Hast du gehört, Tobi? Wow, 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 wow! Ich kann leider nicht rollen, hat er gesagt. Willst du meine Drohflitte, Tobi? Geh mal her, das schieße dich ab, ey! Hey, Major, was machst du da? Major ist im Traitor-Shop. Major? Major, wenn du dich jetzt nicht hältst, 3, 2, 1, bist du tot. Warum hängst du da? Ja, man. Wir haben ihn. Er ist überführt, er ist überführt. Eins. Stehenbleiben. Polizei. Ne, ne, ich musste mich um was kümmern leider. Lano, hast du das gesehen? Ich bin Traitor! Nein, Spaß! Boah! Major, behalte dich mal im Auge. Ja, okay, mach das. Dennis, behalte mich auch mal selber im Auge. Dennis? Nein, Mann! Dennis ist noch am Leben. Was willst du von mir? Ja, ein Schrotflinter. Also jetzt ist mal gut, Tobi, ne? Ganz ehrlich, für jemanden kannst du mich auch mal in Ruhe lassen. Ich kann doch mal eine Schrotflinter, Mann. Ich geb dir gleich was anderes. Okay, wer hat jetzt Bock zum Eisblock rüber zu schwimmen? Ja. Freiwillige Fuhr. Every night in my dreams. Ey Tobi, ich sag das dir, ne? Oh Mann, ich bin... Ich bin... Bronz ist gestorben gerade. Ey, wer war das, Mann? Warum? Jemand hat mich angeschossen. Was hat er gemacht? Hey, Bronz, Bronz, der ist unten, der ist unten, der ist unten. Wer, 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 wer ist denn? Oh, oh. Hier unten ist er, guck mal hier. Ja, wer denn, Mann? Was willst du von ihm? Tobi, jetzt hör doch mal auf. Der Lano ist Traitor. Hast du's gesehen? Da hat jemand ein Baby geballert, Alter. Wer war das? Okay, okay, okay. Hab ich aber gerade auch gehört, Mann. Alter! Airstrike, Airstrike. Weg. Traitor, du Sau. Traitor, Traitor, Tobi. Als Maul Curry, warte, 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 warte. Du hast ihn nix getötet, Mann. Ja, weil er Traitor ist. Ja, weil er Traitor ist. Wir hatten dann ein Baby geschossen hinter dir. Ich weiß es nicht. Curry war das voll daneben, Alter. Kevin war also ein Traitor. Oh, ich hab den so... Ich hab den so einen 360-No-Score-Headshot gegeben, Alter. Ey, Tobi, der Curry wollte dich mit dem Baby töten, hat voll daneben geschossen, Mann. Okay, der letzte müsste dann Leno sein. Hör ich, stimmt was? Dann lach einmal. Nee. Ich heiße... Habt ihr gehört? Was denn? Guck mal, also, Leno hat mich gerade mit der Schrotfinte abgeschossen, Dennis hat's von da oben gesehen. Okay. Und er hat nix gemacht. Ich hab den Leno einmal erwischt. Aber der ist in dem Moment runtergerutscht. Und der hat nix gemacht. Der hat sich denn da direkt versteckt hinten. Hä? Ja. So ein verdammtes Traitor-Schwein. Halle? Warum bist du ruhig? Weil ich gerade rede. Dennis, du bist ja... Ey, jeder ist angehört. Warum? Da ist jemand, der aber ganz schön versteckt gewesen war. Also, einigen Minuten ist darauf, dass Leno Traitor ist. Der Leno ist Traitor, ja. Es gibt nur noch einen Traitor, ne? Ja, Curry war da. Aber ich denk mal, es ist Leno oder Dennis, wie gesagt. Es ist Leno-Bronze. Ja, genau. Dennis war ja oben drauf und hat's ja eigentlich gesehen, ne? Ich weiß nur nicht, wie schnell er da hochkommt. Mir gefällt dann eigentlich noch nicht, Bronze. Mein Name ist Megan. Ja, ja, das ist ich. Das mag ich nicht. So? Wer liegt denn hier? Oh, ich bin runtergeflogen, Hilfe. Leno, you are a traitor? Dann gibt's ja drei. Ja, der hat seine... Boah! Da! Ah, ja, okay. Okay, Leno ist das Mann. Wagen jetzt, wo ist er? Hier. Danke. Okay, Bronze is clean. Okay. Ah, ich n Traitor! Da, ich bin doch n Traitor. Was macht der mich nach, hä? Wolle wieder hier hochkommen. Hallo Leno! Dein Nöffel. Nein! Da ist jemand gestorben. Ja, Leno war einfach schlecht. Wer ist das da? Ich kann seinen Namen nicht sehen. Wo ist er, wo ist er? Ja genau, wer da auch immer ist. Hä? Da oben. Hä? Hä? Major! Die Tüte hat dich getötet hier, die Dose hier. Wo ist der Leno? Das Ding ist aufgegangen und Major ist dann gestorben, weißt du? Wo ist der Leno? Bronze, lebst du noch? Ja, ja. Wo ist der Leno? Keine Ahnung, der muss hier irgendwo sein, Mann. Pass auf. Okay. Ah, der ist hier oben, der ist... Wo ist der, wo ist der? Der kommt mal nix wie weg hier, Alter. Guck mal nix wie weg hier, Alter. Aaaaaah! Bronze! Ja, ich hab dich unter Druck gemacht. Ja, waaah! Ey Tobi, ganz ehrlich, du standst vor mir, ne? Ich hab dich so hart genudelt, Alter. Nein, 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 das meinte ich gar nicht. Davor, ich hab das Baby durch dich durchgeschossen, weißt du? Alter, oh'n Scheiß. Und das Geile ist, du hast es nicht bemerkt? Nee, ich hab dir einen schönen Header gegeben. Aber warum ist das Baby durch dich durchgeflogen? Wieder eine wunderbare Folge von TTT! Ja, die nächste Woche gibt es Landübermorgen! 10 Stundenmethoden. Fail vom Feinsten, ey, heute, ey.